Es gibt hier ein Video von QNV, ah ne von Just Nero, QNV hatte noch das Video gemacht, weil da noch ein Placement mit drin ist und Just Nero wollte noch das Geld mit einsacken. QNV hat das nämlich gemacht. Jo, und das gucken wir uns jetzt an, also wir müssen uns jetzt erstmal davon so ein bisschen ruigen, was das angeht. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier so ein gutaussehender junger Mann vor der Kamera ist, anstatt Just Nero. Das liegt daran, dass er leider momentan einige Probleme hat und deswegen für einige Zeit in der Psychiatrie sitzt. Er hat sich nämlich zu viele Rebecca Wing Videos angeguckt, ansonsten würde er dieses Video hier machen. Leider hat er schon ein Placement angenommen, was jetzt die Tage veröffentlicht werden muss und damit er nicht nach der Psychiatrie auf der Straße ohne Geld sitzt, habe ich mir gedacht, dass ich hier einfach mal ein Video hochlade, wo man das Ganze einbauen kann. Abonniert mich und genießt das Video. Die meisten haben es eh schon gedisliked. Heute gibt es mal so ein kleines Update Video zu Rebecca Wing. Was macht sie eigentlich? Macht sie immer noch den gleichen Content? Ja, sie macht immer noch genau das gleiche, allerdings hört man von dem... Rebecca Wing ist tatsächlich eine Person, die sämtlicher Kritik aus dem Weg geht und einfach auf alles scheißt und ihr Content weitermacht. Kann manchmal gut sein, kann manchmal auch sehr, sehr nach hinten losgehen und scheiße sein, aber sie ist sehr erfolgreich damit. Und was sie Erfolg hat, das macht sie halt weiter. Man muss halt wirklich sagen, sie macht damit für sie selber alles richtig. Es ist einfach so. Du kannst nicht sagen, dass sie nicht alles richtig macht. Genauso wie auch die Brain Bros, die die ganze Zeit geschwiegen haben mit Kritik und sowas. Die haben immer weitergemacht und konstant krass viele Aufrufe bekommen. Einfach weil die da drauf scheißen. Das ist echt heftig. Irgendwie überhaupt gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Aber bevor wir mit dem Video starten, erstmal die engelsgleiche Stimme von Jasnero, die uns ein ultra geiles Produkt vorstellen möchte. Aber vorher noch eine kleine von meinem Sponsor Wondershare. Das ist schon... Ach hier, Wondershare. Da hat mich doch... Hat mich doch Jasnero gefragt? ...ein wunderbares Video und lässt sich mit einem Knopfdruck einfügen. Da kann selbst ein Da Vinci mal ganz schnell ein wunderbares Video raushauen. Dank Wondershare. Wenn ihr ein anderes YouTube-Video-Meinungsblog an wollt, nutzt einfach den Wondershare Unicom-Wörter. Ihr merkt schon, mein Sponsor passt zu mir wie Faust aufs Auge. Oder wie Stöpsel in Sas... Na Gott, das passt nicht. Solltet ihr euch noch ein zweites Produkt dazuholen, gibt es einfach mal 50% Rabatt darauf. Katze! Ey! Auf dass das Hartgeld im Beutel bleibt. Mit Wondershare habt ihr halt direkt eine ganze Palette an Top-Produkten, auch falls ihr halt kein Interesse an YouTube-Videos habt. Es gibt einen PDF-Reader, einen Demo-Creator und vieles mehr. Seht ihr ja hier eingeblendet. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, ne? Der bekommt jetzt hier einen Placement und ich... Also die werden ihn wahrscheinlich angeschrieben haben. Und ich bekomme echt so wahnsinnig selten Placement-Anfragen. Das ist schon heftig, ja? Selbst jetzt, wo mein Kanal auch gewachsen ist, habe ich seitdem keine einzige Anfrage... Doch, Kooperationsangebot. Raid Shadow Legends für Twitch. Oh mein Gott, das ist so gut, Alter. Okay, wir reden gerade davon, ich bekomme Raid Shadow Legends Placement-Angebot für Twitch für den Januar. Warte. Ui, ja, ja. Ne, werde ich so oder so nicht annehmen. Aber wie lustig einfach. Wie lustig einfach. Ey, das ist ja zu stark. Wir reden gerade davon. Und ich rege mich gerade drüber auf, dass ich hier nie Anfragen bekomme. Jetzt bekomme ich so eine Anfrage. Da scheint ja mein letztes Placement ganz gut angekommen zu sein. Da haben sich einige wahrscheinlich das runtergeladen. Sonst würden die mich jetzt nicht anfragen. Mach einfach nur das Geld. Ah, ich muss dafür mehrere Stunden hier streamen. Das mache ich nicht. Selbst für 3.000, 4.000 Euro würde ich es nicht annehmen. Obwohl 3.000, 4.000 Euro würde natürlich schmecken. Aber ne, ist mir nicht. Da bin ich dann doch, ich hatte mich schon so ganz, ganz schlecht gefühlt, als ich damals das Placement angenommen habe. Generell bei jedem Placement, was ich annehmen, fühle ich mich schlecht. Aber ne, das, alles gut. Alles gut. Ich mache lieber das, was mir sehr viel Spaß macht. Und wo ich auch komplett dahinter stehe. Schreibt jetzt nicht rein, kommt, gönnen. Ich mache es einfach nicht. Ich werde es so oder so nicht machen. Mein Wondershare-Partner-Link ist ganz oben. Mit einem Klick unterstützt ihr mich unfassbar, was gerade den Verlust meines Kanals für ein paar Tage wieder ausgleicht. Ich freue mich über jeden Support und weiter geht es mit dem Video. Das erste, was bei Rebecca Wing auffällt, ist die Tatsache, dass die Titel einfach wirklich an Cringigkeit nicht zu überbieten sind. Erstmal nutzt sie halt das Schema, dass sie einfach so viele Schlagwörter wie möglich in den Titel schreibt. Hey, wie krass war denn der Effekt gerade eben? Man merkt, dass der Cutter von Chasnero trotzdem das Video gemacht hat. Alter, stark. Und dabei halt komplett auf die Grammatik scheißt. Was halt in den meisten Fällen nicht mehr nötig ist. Hier mal ein paar Beispiele. Schreibe und FaceTime niemals mit Imposter Among Us. 3 Uhr nachts vor Weihnachten kein WhatsApp-Prank. Die Frage ist jetzt, wer ist diese Person, die gesagt hat, dass ich mich zu 1000% durchverkaufe? Ach, Aldi. Ja, scheiße. Ich sage dazu nichts. Hallo, ich habe nicht mal den Namen gesagt. Es ist übrigens doch ein WhatsApp-Prank. Also ich glaube, dass man die Videos so nennt. Also warum schreibt man dann keinen hin? Das macht einfach null Sinn. Kaufe und öffne niemals Grinch Happy Meal von McDonald's. 3 Uhr nachts zu Haus. Kein Weihnachten? Wie, was kein Weihnachten? Vor allem kam vor ungefähr 6 Monaten halt quasi schon genau das gleiche Video raus. Bestelle um 3 Uhr nachts niemals ein SpongeBob Happy Meal bei McDonald's. Geheimnis finden. Das ist wohl ein Video, was man einfach immer wieder mit neuen Schlagwörtern benutzen kann. Grinch wartet am Fenster TikTok, die du niemals Weihnachten 2020 um 3 Uhr nachts schauen solltest. Ich meine, was soll sowas? Da fehlt halt einfach ein An bei Weihnachten. Ah, ist so unangenehm. Es ist wirklich extrem unangenehm, solche Titel zu lesen. Ich finde tatsächlich, man kann das auch lustig finden und so. Aber bei ABK ist es ja auch so. Der nimmt immer so extrem viele Wörter. Hier, Grunifor macht heftige Blowy bei Mimi und labert Müll. Aber Apparat ist immer noch unschuldig. Hihi, ist ja alles schön und gut, aber es ist manchmal dann doch schon ein bisschen zu übertrieben. Ich meine, der will damit absichtlich auf den Titel scheißen. Der hat darauf auch gar keinen Bock, einfach so einen richtigen Clickbait-Titel oder sowas zu nehmen, um zu zeigen, dass er eine krasse Community hat, eine krasse Army hat, die auch so die Videos angucken. Aber es ist trotzdem manchmal echt belastend, erst diesen ganzen Titel durchzulesen, um überhaupt zu checken, was könnte überhaupt hinter dem Video stecken. Ich habe jetzt einfach mal selber bei mir ein Video hochgeladen und geguckt, wie viele Zeichen sie noch übrig hat. Und sie hätte halt ohne große Komplikationen einfach ein Leerzeichen wegmachen können und dafür an vor Weihnachten hinschreiben. Das wäre dann halt wenigstens grammatikalisch richtig, aber nicht mal das sind ihre Zuschauer ihr Wert. Wasserbombe auf Ronald McDonald um 3 Uhr nachts werfen, mein Haus verlassen und Maske ihn abziehen. Und Maske ihn abziehen. Bist du überhaupt der deutschen Sprache mächtig oder was, Leute, das? Okay, ein Beispiel noch, weil es einfach extrem dumm ist. Verflucht! ABK finde ich es okay, aber auch mega lang. Ja, ich habe damit jetzt auch kein großes Problem. Auch bei ABK habe ich jetzt nicht das große Problem. Aber ich finde manche Titel einfach so lang, dass man einfach nicht mehr weiß, was könnte jetzt eigentlich der Inhalt von dem Video sein. Man will sich ja trotzdem dahingehend schon ein bisschen spoilern lassen, um einfach gehypt auf das Thema zu sein. Aber wenn ich mir so ABKs Titel angucke, bin ich null gehypt, das Video mir anzugucken. Man will ja trotzdem irgendwie reinstarten in das Video und sich so denken, yo, ich habe gerade richtig Bock, weil es geht um das und das Thema. Verfluchte Adventskalender 11 on the shelf. Niemals vor Weihnachten 2020. 3 Uhr nachts öffnen. Bruder, ich meine, verfluchte Adventskalender 11 on the shelf. Du hättest halt einfach 11 on the shelf und Adventskalender tauschen müssen, dann hätte es halt tausendmal besser geklungen. Verfluchter 11 on the shelf Adventskalender. Ich meine, es ist ja genau das Gleiche. Es braucht genau die gleichen Zeichen. Ich weiß nicht, irgendwie checkt die das, glaube ich, nicht so ganz. Alleine daran sieht man halt wirklich schon, dass sie da wirklich null Arbeit reinsteckt. Warte, einen müssen wir noch machen. FaceTime uns, störe, niemals, Grinch und Santa Claus Weihnachtsmann. 3 Uhr nachts, Weihnachten 2020. Ach so, der Typ heißt Santa Claus Weihnachtsmann. Gut, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also mal ohne Spaß. Ich könnte wirklich das komplette Video damit füllen, einfach ihre Titel vorzulesen. Es wäre ja halt nicht mal 10 Sekunden mehr Arbeit, vernünftige, grammatikalisch richtige Titel zu schreiben. Warum macht man das nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Grundsätzlich besteht ihr kompletter Content auch einfach daraus, was gerade im englischsprachigen Bereich einfach mega abgeht. Diese Grinch Weihnachten 2020 Videos gibt es halt auch im Ausland und da kommen die halt ebenfalls richtig gut an. Grundsätzlich ist das ja auch gar nichts Schlimmes. Und es ist ja komplett in Ordnung, das dann nachzumachen, solange man das halt nicht 1 zu 1 klaut. Aber bei Rebecca Wing merkt man halt von vorne bis hinten, dass sie halt überhaupt keine Mühe da reinsteckt, null Liebe in die Videos packt und ihr es halt offensichtlich nur darum geht, so viel wie möglich Cash mitzunehmen. Schauen wir zum Beispiel dafür einfach mal in das Video Wasserbombe auf Ron... Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen wir... Ähm... Das ist ein ekelhafter Mensch, ja. Nein! Über die Tastatur! Ich hab mein Glas über die Tastatur. Kannst du mal bitte was holen? Ich hab mein... Irgendwas rauscht. Irgendwas ist hier klappt. Verdammt! Die gute alte Black Widow. Ich bin so ein Losti. Ja? Ach man, das ist doch nicht normal. Ja Leute, extrem schlechte Nachrichten. Ja, ich hab gestern auszusehen, das Glas Wasser über die Tastatur gekippt. Hier geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Die Tastatur ist kaputt. Gestern Abend ging sie noch. Jetzt ist sie kaputt. Mann!